Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es einen ersten Eindruck zu einem aktuell laufenden Anime dieser Season. Ich gebe meinen ersten Eindruck ab, den ich nach der ersten Folge hatte und mache eventuell sogar, sobald dieser vorbei ist, ein Fazit-Video. Falls ich den Anime abbrechen sollte, ändert sich der Titel dieses Videos und zwar werde ich ein Bindestrich abgebrochen und die Folgenzahl hinten dran hängen. Fangen wir doch direkt mal an. Joker Game Ein relativ ungewöhnlicher Einstieg in einen Anime, da dieser schon am Anfang sein Opening zeigt, was heute sehr selten geworden ist. Gab es zwar noch bei ein, zwei anderen, aber es ist schon etwas seltener. Das Pacing ist okay, kann mir aber vorstellen, dass es einigen zu langsam war. Dass der Hauptcharakter ausgetrickst wird in diesem Spiel konnte man schon an der Kameraführung vorhersehen. Die Charaktere sind nicht unbedingt so leicht auseinander zu halten und auch wirken sie nicht wirklich so interessant. Ansonsten habe ich noch die Befürchtung, dass der Anime zu viel aufgebaut hat und noch aufbauen wird und das alles nicht erfüllen wird, was er gerade aufbaut. Langweiliger Hauptcharakter, der nicht wirklich gut zum Dasein als Spiel und passt, was nervig werden könnte. Trotz dessen sehe ich noch keine schrecklich großen Fehler und bin gespannt, wie es weitergeht und was das Ziel bzw. das wirkliche Thema der Serie wird. Neben dem, was wir durch das Spiel Joker Game bereits etabliert haben. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn bisher konnte ich noch nicht wirklich viel sehen, außer einem Aufbau für etwas Größeres. Nur habe ich Angst, dass das nicht so ganz erfüllt wird. Und bis jetzt gebe ich ihm eine 5 von 10, wobei es eine unsichere 5 von 10 ist. Das ist nicht meine Endprognose. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch versagt. Aber eventuell, da ich Jojo nicht sehen kann, da ich noch bei Staffel 1 bin, wird Joker Game für mich wahrscheinlich eventuell der Anime der Season. Mal schauen. Ich bin noch gespannt. Mal schauen. Untertitelung des ZDF, 2020